So meine Lieben, wir stehen hier an einer der Hauptattraktionen im Tivoli, nämlich einer sehr alten Achterbahn, erbaut im Jahr 1914. Und wenn man drin sitzt, riecht es auch noch etwas moderig, so nach altem Holz. Ist so ein bisschen wirklich alter Flair, wenn man hier mitfährt. Es war in dem Sinne, sag ich mal, nichts besonderes, weil es keine Loopings oder so hat, aber auf jeden Fall eine rasante und interessante Fahrt. Wir warten noch mal, ob wir noch mal einen kurzen Shot bekommen. Ne, anscheinend hält er zu gerade. Okay, das war's.